Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit den folgenden Chaoten. Der Fuchs, Flory, Raid, Freak, Maker, bunter Aase. Hallo, Dachchen. Hallo, Dete. Ich möchte doch ein wunderschönes Hi rauswerfen. Ja mach das doch. Komm Gott, komm, lauf. So, wenn hier irgendjemand zwei Duels findet, ne, sagt mir bitte Bescheid. Die haben hier nichts im Spiel zu suchen. Ja, das sind die Akimbo. Akimbo süß ist irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ja. Okay. Immer mal was ausprobieren. Okay, geht durch. Da, wo so blaue Türen sind, so durchsichtige Teile, einfach so rum, was im Twitter-Shop sag mal. Ich hab hier zwei Waffen weggeschmissen und hab mir das Wort aufgenommen. Und dann ist dann ein paar Sekunden... Ich glaube, grundsätzlich steht keiner mehr rum, wirklich. Doch, dann hast du die Katze noch vermisst. Ja, Trader-Shop glaube ich auch nicht, dass da noch irgendwer waren. Ja, Trader-Shop kann ja... Nein, seitdem alle wissen, dass... Zumindest ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kann vielleicht auch stehen bleiben, indem man Tab drückt. Das ist mir auch schon passiert. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Er ist kein Traitor, ich hab's verstanden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hab jetzt eben erst ein Ding, was ich überhaupt bin, weil mein Mikrofon steht da im Weg. Ja, 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 klar. Nee, nee, darum, aber ich bin wirklich kein Traitor. Ja, der Freak ist Traitor. Wusstest das selber auch nicht? Da hab ich auch mal ne Waffe. Wo sind denn hier alle? Hallo? Also, ich hab dich eben gesehen. Mach das mal. Da oben ist auch wer. Wer ist da oben? Da ist der Fuchs. Da ist der Fuchs. Da ist der Fuchs. Der Maus. Der Maus. Alle Fenster kaputt. Da ist der Fuchs. Da ist der Flory. Wo bist du Red? Wo sie mit mir drin sind? Äh, nein. Ah, egal. Ich seh dich grad nicht. Wo die Schüsse sind. Wo grad die Discompilator grad hochgegangen ist. Wo nein, da nicht. Äh, Ripper, was war das grad für ein Versuch? Was von mir war das gar nicht. Ich bin bei... Hey, wer war das hier? Hey, wer war das hier? All right, ist das los. Auf jeden Fall hatten... Hatten Traitor ganz schön versagt gerade. Was auch immer der geworfen hat. Ich hab nur ein Riesen-Error gesehen, was da so langgerollt ist, so schnell weggegangen ist. Du hast den Polizeitigen anfühlen. Oh, boi, boi, boi. Nicht gut, nicht gut. Oh, oh, oh. Der sollte auf mich gehen. Ach, Reaper. Ja, ist das Reaper. Ja, nee, ist klar. Weißt du, der Kerl ist schon lange tot und sagt Reaper. Ey, ja, ja, klar. Wo ist denn der Reaper, wo ist denn der Reaper? Achso, der ist schon tot gewesen. Das ist natürlich unfair, dann ist es Reaper nicht. Alter, wer auch immer da hinter der Ecke ist, der hat auf mich geschossen. Naja. Hinter der Ecke ist wo? Das war... Reaper, 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 Reaper. Achso, ja, weil Mechandite ist. Da hinten ist die Leiche da hinten. Was ist der Skin-Maker? Wo ist er, wo ist er? Da hinten unter der Treppe. Wo ist er denn? Da hinten unter der Treppe. Wo ist er denn? Hier ist... Hä? Alter Schwede. Wo ist der? Da hinten ist Rebound. Okay. Nein! Nein! Nein, wieso ist er in das Advent? Übrigens, Reaper, bei mir war es nicht zu spät. Wieso das denn? Also, bei mir warst du eigentlich schon tot, aber das ist halt so schlimm. Das kann mal passieren. Das ist kein Problem. Alter, wir haben auch alle einen richtig verunfähigen Shot. Ja, ich habe auch schon aufgefallen. Das lag bei mir auch ab und zu mal ein bisschen, aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das geht überhaupt nicht. Hazard hat einen Score von minus 14. Ja, ich habe ihn durch die Ariepe gekillt. Doch, ja gut, eigentlich, Moment. Noch habe ich Zeit. Doch. Doch, hast mich erwischt. Scheiße. Eigentlich haben wir Zeit Traitor einen eigenen Traitor-Kollegen erschossen oder angeschossen. Nein, nein, durch die scheiß Granate. Ich habe den Kopf gegründet. Nein, der teckte. Oh, Flory, Flory, ich habe eine Plasma für dich. Nein, dann bin ich von Fuxy, die zu Fuxy. Komm, Fuxy, Fluxy, Creeper. Ähm, nein, Plasma, Brad. Bray, du schiest einfach so ein Ding auf mich. Das ist ein Smoke, siehst du. Ich habe eine Plasma für dich. Nein, bitte nicht. Wer ist so euch und uns voneinander, bitte. Ja. Da gemeint zur Gewalt. ich nicht und sage ja zu mord war doch jetzt hier ist überall die munition aber ich finde einfach keine diegel ich habe mit dem dankeschön die habe ich gerade und zigarette ausmachen während man das spiel spielt es scheiße bitte mich nicht killen ja kein traiter kennt mich auch und an sich ist scheiße sagte der raucher der jedes mal zwischen den runden auf gar geht ja aber ich habe nicht das ist geil ich weiß du darf mich hört man meinen das kommt ja ich habe schon wieder so eine zocker die schüler voll kalt mann mit zocker fote so lange es keine woche bei der roh das ist gemein hier unten 3 4 4 4 4 die ist gerade hochgegangen Aurea das letzte ach du scheiße doch was ich erfassen nicht auf mich was gehen wir haben ja leute wir sind alle etwas wir sind ein bisschen wenig spieler deswegen bitte ich nur oben zu spielen nicht nach unten zu gehen die karte ist ja wirklich riesig maker nein 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 ich habe das war doch nur das war doch was geht denn hier ab und schießt auf mich durch andere nachdenken ich habe die nicht aktiviert und wurde jetzt random umgebracht deswegen ja random ist es ja nicht ne war ja ich war es ja eben nicht ich hätte auch eine innosensorte ja aber es war eine vermutung du warst es du warst es ne ich habe es doch nicht aktiviert du warst aber trai ja ja aber ich habe nichts gemacht ich habe nicht geschossen ich habe dich erwischt als du äh den äh traiter weggemacht hast nein oder lebt noch raid ja auch wirklich zu schießen ja ich lebe noch und ich werde verfolgt ich habe einen kopf erschossen so eine traiter fallen kopf habe ich erschossen ach dete hallo dete 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 sehr dumm mich hat gerade ein kopf verfolgt der ist mir die ganze hinterher gelaufen alter schon wieder okay ach das sind npc lol ok ja das sind npcs super alter schießt immer noch auf mich ja knallen ab ok das ist ein npc einfach abschied nicht mich doch ich nicht das regt mich schon ein bisschen auf hey hey flori das mit dem kopf ist aber echt unfair finde ich nö das ist ne traiter fallen ganz simpel ich wusste nicht was passiert als ich das aktiviert habe ja mich hat es direkt erwischt aber wie gesagt bitte wenn ihr unten spawnen solltet ah ne tut er nicht aber bitte nicht nach unten gehen ja ja ok die map ist echt riesig sonst also ich bin gerade so ein loch gefallen auf 5,6 explosive fässer deswegen hat das auch so gescheppert eben ach dann bist du da wo ich runter gegangen bin genau genau da da bin ich gerade runter gesprungen ich habe ja nicht gewusst dass es ne traiter falle war sorry ja ich töte den traiter mit dir zusammen ne reicht nicht ich helfe nicht geschäftlich bei den npcs das reicht auch nicht ok die traiter falle ist riesig aber die kann man erkennen die haben skins ja genau du kriegst gleich ne diskombilator das und vor allen dingen die schießen mit pistole und hinterher wenn sie keine munition mehr haben gelaufen sie hinter einem her und versuchen einzuboxen oder so was denn das machen wir rumfliegen da ist nix ne ich fliege nicht ach das fliege wieder stürzt sich ja ich bin doch voll gut unterwegs mit dem ding man muss aber auch dazu sagen ich spiel die map zum ersten mal ne ist doch ok die traiter falle ist die traiter falle ist ja dann ist ja gut da oben wird die ganze zeit abgeschossen das war eine glock also jetzt hier in der alle wobei eben wandert immer hin wir dürfen nur nicht nach ganz ganz unten ne nach ganz unten nicht nein also da wo die züge rum fahren beziehungsweise wo die schienen sind da nicht ok gut aber einen weiter runter kann man ja ok halt hier innen drin da ist ja dieses komische pferd was da auf dem podest steht da können wir drauf spielen und halt draußen aber nicht nach ganz unten gehen weil ich das afk äh ich muss kurz ja jetzt im traiter shop nicht nur kurz nicht für die hand nehmen sondern bescheid sagen weil sonst ist das immer ein bisschen verwirrend naja afg bin ich ja nicht ich bin ja nur kurz in option ja ja du bist im traiter shop gibt es doch zu ja genau dir die option auf cr ja ich hab mir so ein optionsmenü gefunden weiß ich nicht kann was kaufen Ey da fliegt ein fass fang oh tschuldigung 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 ich mach dir wieder wir werfen uns mit Fässern Ja, scheiße. Pass auf, jetzt ist er Traitor, da würde ich mich so extraieren. Okay, das wäre absolut random gewesen, aber egal. War ja nur 3. Kann ich noch mit leben? Ich suche immer noch eine geschadte Waffe für mich. Hey, Reaper, Disco! Ach, scheiße. Die ist runtergegangen. Hier, Fuchs! Hey, Reaper! Du schon wieder. Der Fuchs hat eine Inzi auf mich geworfen. Natürlich habe ich eine Inzi auf dich geworfen. Möchtest du eine Plasma haben? Schau hier, ich lasse es in die Inzi fallen. Weg hier! Achtung, Inzi! Oh Gott, Plasma, sowas von der Inzi. Das brennt! Inzi, die brennt. Ja, okay, das ist ja logisch. Ups, sorry, weg da, weg da, weg da! Da ist gar keiner gut. Wie sie alle rupstehen. Ups. Hi, Reaper. Da hat's wen erwischt. Und da schießt wer mit ner Glocke. Der Maker ist da drüben. Oh ja. Raid, hast du nicht geschossen oder mit ner Glocke? Oh, Raid, bleib mir mal fern. Oh! Ich hab's mir angewöhnt, weil ich letztens wieder Garrys Mod spiele. Oder wolltest du vielleicht was zu deinem Traitor kommt? Ja, ich muss gleich mal irgendwas wegmachen. Ich das auch. Mach der Gefühl, du. Ja, Raid. Raider, jetzt mach mal was, Fuchs. Die Runde ist gleich zu Ende und ihr habt verloren. Und da Hase, was geht bei dir so? Ja, ich lauf ein bisschen draußen rum, ich lauf ein bisschen drinnen rum. Ja, ich seh. Ah, Maker und Raid sagen nix, dass sie sich ineinander folgen. Wieso hat er mich... Ich hab ja nicht gemerkt, dass er mir gefolgt hat. Gleich hat er eine Bombe am Rücken mit. Guck mal, guck mal. Ist einer, ist einer, ist einer, ist einer? Ne, ist sie keine. Fuchse, das sind Raid und Maker. Wenn du hoch bist. Helfer, warum willst du? Na, die Ohren sind. Ich hab ja nicht gesagt, dass du da oben bist. Ich hab ja bloß gesagt, dass du da oben bist. Fass mich! Der Hase verfolgt mich. Natürlich verfolge ich dich, ich folge dich mit ner Waffe. Du mit deinem Schleppern. Ja, der Fuchs hat gar nur mehr dich ges... Ähm, Fuchs. Aber noch 20 Sekunden ab, hier Traitor. Hast du eigentlich die ganz gestorben? Ja, Traitor, ne? Jetzt würd ich mal langsam was tun hier. Du hast doch den getötet. Nein, hab ich nicht. Äh, schießt euch ab. Ich halte mich daraus. Hase ist es. Hase, okay, Hase. Geht auf den Hasen. Ah, und Raid. Ah, das stimmt, da war ja noch was. Welcher ist tot? Raid oder Hase? Oh, nur noch ich, Alter. Ernsthaft? Die Runde verlieren wir, ne? Oh, die Traitor falle, Mann. Leck mich doch. Zum Glück müssen die zu mir kommen. Und nicht andersrum. Nein! Komm her! Ich hab auch noch Zeit! Ich hab ein Overtime. Ah, verdammt. Ach, Raid oder was, ja? Nein! Quatsch! Hahaha! Geil! Ja. Wo wollen wir uns denn treffen? Hier auf dem Haupthof? Ja, das ist gut. Treffen wir uns draußen. Ernsthaft? Du weißt, wo ich bin, du Sau. Ja, klar weiß ich, wo du bist. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Das ist gut. Alter! Scheiße! Oh, das ist so'n bisschen blöde. Ach da! Nein! Ja! Ach so, war ich noch nicht. Sehr gut. Sorry. Ich bin einfach so nett gewesen. Hase, du Sack! Sorry. Ich muss sowas tun. Du hast gesagt, ich muss was tun und ich hab was getan. Ja, warum knallst du mir direkt ab, Menno? Immer mich! Du hast gesagt, ich soll was tun. Entschuldigung. Immer mich, Menno. Ich dachte immer, dass wir nicht das Essen machen. Und er war Detion und hat als letztes überlebt. Ja! Er hat mal ne Runde vor allem gewonnen, also, wow! Ja, Alter, Fuchs, das kann nicht sein. Einmal gibt man den Typen nicht und da gewinnte die Runde. Nein! Ah! Ja! Nö! Ich bin Dete! Ah, ja! Ich bin ja mir zu setzen, ansonsten ist vorbei. Ich will auch mal Traitor werden! Ich bin Dete! Freak is' es! Ist der, 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 nicht der Freak? Freak? Freak, Freak? Wie heißt das nochmal? Oh, du Freak hat ne Sauerdorf gefunden! Nooo! Ja, hier liegen noch genug. Das interessiert den Hasen gar nicht, dass ich hinter ihm herrenne und schieße. Ich vermute, der Hase ist es. Sonst sagt er mal, wer Freak schießt. Der Freak schießt. Der Freak? Das wäre ein bisschen gemein. Bestellen wir uns? Ich vermute, es ist der Hase. Ich bin ausnahmsweise mal nett zum Hasen. Macht mich ganz nervös. Wie macht dich nervös? Ein bisschen. Inzie! Achtung! Oh, Polizei! Ja! Nein! Ich geh raus! Aua! Alter, was explodiert da alles? Ray hat Schaden bekommen, von was? Vom runterfallen. Okay. Das ist Flory. Ich will da jetzt nicht reingehen. Ich hab keinen Bock auf Polizisten. Die sollen mich jetzt mal... Die Bullen sind tot! Ihr ne, ich werd grad auf mich geschossen. Ich glaub mit einer Silence. Du könnt auch mein Grappling-Hook gewesen sein. Irgendwas, ach da! Da stehen noch ein paar Bullen. 2 sind kaputt. Greifen die auch die Traitor an, die Dinger? Ich hab einen Grappling-Hook. Die greifen alle an. Du hast einen Grappling-Hook? Ich hatte einen Grappling-Hook gerade an mir dran, ja. Wow, Flory! Hi! Okay. Also ich weiß ja nicht, ne? Also die, die jetzt noch Full Heals sind, ne? Wer weiß. Also ich vermute, dass der Hase ist ganz gut weg. Der Hase hat auch kein Damage. Der Hase hat auch kein Damage. Wo sei ich der Fuchs? Ich hab draußen die ganze Zeit rumgekommt. Ich glaub der Grappling-Hook ist für einen Maker. Die sind hinten auf K. Zumindest tut das, was wir auf K. Maker war aber draußen, glaub ich. Lass mal in die Mitte. Die Traitor-Falle, glaub ich, nicht aktiviert haben. Weil ich bin sofort rausgegangen, als ähm, als die Traitor-Falle los ging. Ich glaub nicht, dass es Maker ist. Oder gewesen ist, zumindest mit der Traitor-Falle. Ich glaub das war der Hase. Der war nämlich genau da so in der Position. Was hast du vor, he? Ich hab gar nix vor. Ich bin durch, genau. Gesetztes treier Bürger. Ja, ja, klar. Das sagen sie alle, wenn sie TTT schielen. Also ich sing Freak, ist es mal Freak, ähm, der beschuldigt mich hier einfach so, ne? Wenn man neben dir schießt, sagst du dann immer Freak schießt. Das hast du diese Runde nicht getan. Äh, Reaper, ich hab keinen Bock auf Kuschel. Ich hab die ganze Zeit hinter dir hergeschossen, ja, aber... Okay. Hab ich da grad ne Inziek, äh, gehört. Das war ne Sword auch. Der Dete darf. Er hat geschossen. Aber so war das. Wie gehabt. Ah, die Bram ist, äh... Hau ab! Die Dinger können töten! Hau ab! Hau ab, Dete! Hau ab! Erinnert dich das an was? Hau ab! Äh, Meke? Ja. Ja, wir haben doch mal was. Hau ab! Eine Frage, ist schon irgendwer tot? Nö. Ne, ich... Alter, ist was explodiert? Dann ist ja irgendwie noch ein Bullen, der hier rumschreit. Ich hab grad eben noch eingetötet. Ne, der Dete, der Dete ist tot. 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 Ist der denn jetzt gestorben von der Nummer? Ich weiß es nicht, er ist da oben. Ich hab durch nen Headcrap launcher. Und, und... Der kann hier drin nicht gezogen werden. Boah, ich bin fortgefunden, weißt du? Alter, wer... Ja, hallo, ich war einfach hier drüben. Ah! Reaper! Nein! Der lebt noch, der lebt noch! Derjenige ist nicht tot. Wow! Warten! Vorsicht da! Aaaaaaaaaaaaaaah! Noo! Scheiße! Nein! Nein! Die ist nicht gut! Die ist nicht gut! Die ist ganz gut! Ich bin tot! Nein! Hahahaha! 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 Was ist das denn? Das war die, die Gymnage! Hahahaha! Die schläft noch! Lalalala! Hahahaha! Hahahaha! Aber eure Füße gucken raus! Hahahaha! 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 Maka und Freak, ihr könnt aber an den Deckel gucken, die Füße gucken raus! Hahahaha! Ich kann nicht mehr, ey! Das ist so geil gerade! Was? Ich hab den, den Tod von Flory confirmed? Und hab den Fuchs gefunden? Wie hab ich denn das gemacht? Also ich hab vorhin auch angeschossen... Ich glaub, es lebt nur noch der Maker, kann das sein? Hase lebt doch auch noch im Reaper auch noch! Ja, die hängen in der Decke, alter! Du rätst mich ganz kurz hinterher! Wer hängt denn mit dir noch in der Decke? Also ich hing hier alleine! Raid ist tot! Der Hase lebt auch noch! Ja, dann könntest du noch Maker und Hase sein! Der Rest ist tot! Ich bin in der Decke drin! Ich kann nichts tun! Gut, dann ist es der Maker, dann muss ich jetzt den Maker töten! Ja, warum? Du bist der einzige, der noch lebt! Nein, bin ich nicht! Ja, ihr habt verloren! Ihr seid ja dein Decker! Eigentlich werdet ihr ja tot! Würde ich jetzt mal behaupten! Ja, theoretisch schon! Wir werden eigentlich runtergefallen! Warte, ich mach's schnell! Ja! Oh, das geht nicht! So Mist! So, Hase, mal weg! Äh, was gibt's noch? Warte dich mal raus, Reaper! Äh, hinten! Ja, nein! Eigentlich könnte er sich slappen! Ja! Ja! Ich kann mich noch nicht mal teleportieren! Aber die Granate tut echt buggy! Also ist alles buggy dann! Nein, nein! Danach ist nix buggy! Das ist ganz normal! Das war einfach an der Decke rumhängen! Ja, dass man in der Decke reinfliegt war nicht richtig! Wurde ich nicht! Ja, das war die Decke! Ja, was soll ich machen? Ich seh noch nicht mal deine Füße! Ah, da! 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 Du nicht! Wann es nicht geht! Ich kann hingucken wo ich will! Ich kann mich nicht porten! Ja, dann mach! Du kannst euch ja auch slappen! Du kannst ja wenn im Menü eingibt slappen! Ich hab auch noch! Ich hab auch noch einen Tipp! Hase! Äh, Maker! Der Grapplinghook müsste doch noch irgendwo liegen! Ja, der Hase hat den! Dort, wo der Hase liegt! Ja, aber was bringt ihn der Grapplinghook? Dann aufs Dach und versuchen! Da! Hm! Ne, ne! Da! 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 Beleb dich wieder! Aber das Problem ist! Na ja! Da weißt du wer wer ist! Oh man! Ne! Das Problem ist, dass man sieht wer wer ist! Oh! Da! 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 Das ist natürlich dumm gelaufen! Na ja! Ich bin Traitor! Deswegen ist es ziemlich ungünstig! Na ja! Wir kennen dich jetzt! Nicht sofort! Oh! Jetzt nur noch die Frage wo ist der! Ja! Ja! Wo ist der! Oh! Du bist der! Cool! Er disguised sich! Das geht natürlich auch! Oder Doppelgänger! Jetzt wüsst du da mal kurz überlegen mit wem war multi 중국 trainer zusammen zu Beibel 호f. Na ja! Keine Ahnung! Jimmy war das! Ich bin es nicht! Muss ja nicht zwangsläubig immer die gleichen beiden sein. Das ist so! Und Hasewwwarum Warum nicht gut und nicht Hasewunden! Doch nicht. Sorry aber! Hase currently Sie will sein Gehörungswe Until you are Naja, aber das Ding geht hier oben auf das Dach, wo ich stehe, und du guckst hier die ganze Zeit hoch. Und ich hab auch keine Waffe in deinem Arm gesehen. Ach, hier ist der Maker. Ich glaub, der Reaper war's, Leute. Guck mal, das ist mit Plasma, hier. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Guck. Haha. Oh. Du kannst mich mit einer Golden Deagle runterkommen und mich treffen. Ich hab keine Punkte mehr. Oh. Aber du kannst den Reaper identifizieren, dann hast du Punkte. Wo liegt denn der? Komm mal da. Der liegt da hinten in dem Raum. Komm mal. Ja, muss erst mal hinlaufen. Call me, maybe. Hast du ne Heal Station für mich, vielleicht? Ich hab keinen Punkt. Ah, deswegen willst du ja da hin, ne? Ich will mir ne Golden Deagle holen und dann auf den Hasen schießen. Oh, ist jemand gestorben? Jetzt ist das gestorben. Nee, die Explosionsfässer, da hab ich keinen Bock drauf. Da drin ist er. Wer ist da drin? Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Ja, ne. Ja, genau. Deswegen wollte ich da nicht rein. Wer hat noch nicht geschossen? Hab ich nicht gesehen, den Namen. Aber viel Auswahl bleibt nicht. Die sind alle tot hier drin. Nein! Also ihr wisst ja, dass ich tot bin. Also das wird eine sehr lustige Runde jetzt. Nein! Nein! Du Move! Ich wollte gerade wieder belegen. Eigentlich wollte ich so. Ich wollte so und dann... Yes! War das so? Oh, Mann, ey. Flori war's unzigbar? Warum musstest du sterben, Reepa? Äh, ich war doch sowieso Tee. Ich war doch gemerkt. Ich war selber Tee. Ich hatte ihn getötet, weil er mich angeschossen hatte. Wen fragst du? Flori Flaki fragst du was hause, ne? Flori Flaki geht schon zum sechsten. Letzte Runde. Ob er unsichtbar war? Nein, ich war nicht wundlichbar. Okay. Ne, ne, ich hab' ja auch gesehen. Die Katze. Ja, die Katze ist leicht wieder. Aber ist die letzte Runde, ne? Ja, schon wieder jemand gestorben. Ja, schon wieder jemand gestorben. Äh, ja, 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 ja. Oh, Reepa. Schon wieder Reepa? Der Slayer hat ihn wieder getroffen. Und er war schon wieder Traitor? Ja! Was trifft ihn immer? Was ist da los? Das ist dieser scheiß Slay. Ich muss nachher nur eine kurze Sau in den Schlaf machen. Du musst jetzt Slay für eine einzelne... Nimm dich und Slay dich, aber für null Runden. Stell null Runden ein. Was der Unterschied zwischen der Golden Deal und der Golden Gun? Gar keiner. Das ist keine Deal. Also, Reepa darf auf keinen Fall Traitor werden in dieser Runde. Äh, ist es ja schon. Und in letzter Runde auch nicht. So, aber wie gesagt, ich hab' mich jetzt mal gerespawnt, ne? Weil diese... Ja, äh, Reepa Slay dich für null Runden. Ist doch sowieso letzte Runde. Ist da drin? Ja, aber nachher, wenn wir andere Spiele machen. Ja, ja. Sind die Polizisten wieder? Nur so als Tipp, die Golden Gun hat nur ein Schuss und die Golden Deagle hat zwei Schuss. Und das sind beides genau dieselben Waffen. Echt? Ja. Boa, weißt du das? Ich hab die ja gerade eben. Ich bin noch Detective. Reaper schießt du gerade. Ey, Aua! Der wird mir das wahrscheinlich jetzt nicht antworten. Negal. Reaper ist Traitor, oder? Ja, da hinten ist er. Ja. Ich trau mich aber nicht mit der Deagle auf ihn zu schienen. Reaper, one thing ist es. Mit der Hasen. Ich schieß nicht auf den Hasen, weil er nicht auf mich geschossen hat. Ich bin noch gemarkt im Scoreboard. Ja. Man sieht mich doch als Traitor. Alter. Du willst auf mich schießen, ne? Ja. Kannst mich als letztes killen. Ah, ja. Ansonsten knall ich dich ab, ja? So. Ich will übrigens noch ein bisschen hier rumlaufen. Maker, tu es. Tu es. Tu es Maker. Ja, stimmt. Ich geh mal erst mal vor. Wohl dich, hä? Hä? Alter ist das weh getan. Nimm los. Oh boy. Nicht gut, nicht gut. Oh, oh, oh. Warte kurz. Warte kurz. Geh weg. Nein. Oh. Ja. Lol, du hast gesagt, geh weg und bist selber getroffen worden, glaube ich. Nein. Ja. Nein. Verdammt. Ich hasse. Also Fuchs, das wäre sehr schlau, dass ich mit dir kommen sollte. Ja, ja. Konnte ich ja nicht riesen, dass er da wäre. Ich dachte, weil du da startst gerade als Täter. Na? Hase? Freak? Wow. Maker? Oh, mit was hast du getroffen? Ich habe einen Magnetossick hatte. Aha. Ich habe irgendeinen Schuss an mir vorweit fliegen gesehen. Auf jeden Fall hast du nicht getroffen. No. Okay, auf den Freak. Auf den Freak. Schieß auf den Freak. Warum? Ja, er schießt doch auf mich. Ist der noch lebt? Das hat aber gedauert, Alter. Jawoll. Ja. Naja. Sorry. Ich hatte den Märktur, wollte ich nur damit anleuten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.